Musik Wir kommen von der Diözese Erfurt, sind mit den Wirtsburgern gemeinsam gekommen. Mein Name ist Julia Eberle, ich komme mit einer Helfergruppe von 10 Helferinnen aus dem Eichsfeldkreis. Und wir unterstützen die Wirtsburger und unterstützen die Erfurter Behinderten. Wir fühlen uns sehr wohl hier, sind natürlich jetzt sehr kaputt und warten auf unsere Zimmer. Wir kommen aus Eichstätt und wir haben jetzt zwei Tage Fahrt hinter uns. War super toll, auch das Hotel, alles in Ordnung. Wir freuen uns richtig auf Rom, gell? Ja. Also wir waren eine tolle Gemeinschaft. Wir hatten eine super Fahrt, sehr gut organisiert, tolle Betreuung, gute Unterkunft, war eine sehr angenehme Fahrt. Schöne Erfahrungen schon, menschliche Erfahrungen auch, geistliche Begleitung des Pfarrer Peters mit Gebetszeiten im Bus, war ganz toll. Wir kommen eigentlich schon sehr gut vorbereitet, sehr gut gestärkt und guter Dinge hier in Rom an und freuen uns auf das, was uns erwartet. So ist es spannend. So ist es ganz spannend. So ist es spannend. So ist es spannend. So ist es spannend. Bedeutung des Pfarrer Petersen. So ist es spannend. So ist es spannend. Untertitelung des ZDF, 2020